Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Sie können zum Megafogen jetzt, es werden starten. Gericht der Fahrstuhl für Sie, herunter umständen nie. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Sie sind kein feiner Mann, Sie sind kein großer Mann, Sie sind die Mitte. Und warum suchen Sie den Schicksal vis-a-vis mit einer Bitte? Sie denken, so, nun kann ja nicht nur auf dich sein. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Sie lassen zum Megafogen jetzt, die alten Schatten. Sie haben da keine Schuld, nun haben Sie nur Geduld. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie müssen warten!